Hallo, ich bin Karin Liao und ich bin beim Festival Play 16 für die Festivalzentrale zuständig. Das ist der zentrale Ort im Kunsthaus, wo man alle Informationen zum Festival holen kann, beispielsweise wer beteiligt ist oder was für Programmpunkte an dem Tag zu erleben sind. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders, weil es der Ort sein wird, wo jeder Besucher mindestens einmal vorbeikommen wird. Das werden die Workshopleiter sein, das werden die Künstlerinnen sein, das werden aber auch Schulklassen, Jugendliche, aber auch Indie-Entwickler sein. Und ich möchte jeden Einzelnen von euch kennenlernen. Ich freue mich drauf.